Hallo YouTube und willkommen zurück zu Let's Play Hammerwatch Karin wird dickkacken Ok weiter gehts So Dreck mein Schlüssel gefunden Ja super Nach Hause gehen Knapp hier Und wieder gehen Oh Läuft ja schon super Direkt fast tot So will ich das sehen Erstmal heilen Hauke hast du nen Fettsack wieder Ey was ist das hier Ey guck mal Ein Omnibus Bist du doof Juh, könnt mir leben Oooooohh Hallige Marbrot Ich bin mir elektronisch, wegen den Behinderten Hallige Marbrot Junge die tötest ja nicht die weißen Typen Aber wegen dem weißen Typen bin ich grad gestorben Ich bin auch die ganze Zeit weg von allen Tenner Oh nein Und ich hab nur noch sieben Kills Vorsprung Deaths Deaths Ich muss immer die schlimmen Typen töten transgender Erstmal heilen Wallah Tot Egal ich hab viele auf mich gezogen Das ist immer gut Schau mal, Klaus, dein Leben, Tender, okay? Hm? Tender, chill deine Base. Ich find euch boos voll cool, chill deine Base, also es sagen nur die ganz coolen. Ja, das stimmt schon. Oh, hier ist wieder so ein Boss-Kai. Wow, Alter, ist der stark! Meint das Auge? Ja. Was so im Boden drin ist? Nein. Hier ist ein anderer Boss, so ein richtiger Boss. Ach, das ist ein Augenspawner! So, jetzt hab ich das Andersste dahinteres. Ja, Karin, kann ich mal bitte hier helfen? Nein, ich muss hier kommen. Was, wie stark der Typ ist da vorne? Oh, geil, direkt wieder heilen. Komm, ich gib euch, ich gib euch, pass mal! BabababababSmall Ha ha scho gesagt Legt euch mit dem Tenner an, ja? Das ist keine Jutidee, keine Keime bezeugen, oder Keime? Ich tasse Augen Genauer wohl zu hören Ich bin jetzt schon zum 40. Mal gestorben, Alter. Ich bin nur einmal gestorben. Eigentlich wollte ich 40 zum Übertreiben sagen, aber ich hab ja sogar noch mehr. Ja. Gustav, Alter. Bitte. Junge, du musst auch Geld einsammeln, ne? Mach ich doch, du scheiß Idiot! Ja, seh ich. Ich bin die ganze Zicke laufen, Tanner, du... Fick-Gesicht. Wortwahl aufpassen. So sag ich die zwei bösen Wörter. Ganz gegen ein Auge mit meinem Schwerdkampf. Die sind zu stark für mich. Ja, du darfst aber einfach mit deinen Attacken an dir vorbei. Ja. Wurde, helf! Oh oh! Ich hab jetzt keinen Mana mehr, deswegen... Was ist das denn, Alter? Ja, wenn ich keinen Mana mehr hab, dann stehe hab ich meistens. Hau das mal! Ach, das ist ein Spawner. Ach nee. Ich hab keinen Mana mehr, also muss ich jetzt hier stehen bleiben und warten, bis es zu Ende ist. Oh nee, lass ich schon wieder. Wo ist das denn jetzt, Alter? Komm, wir kämpfen mal gegen den Boss hier. Der ist hier unten. Der ist ja voll schwach. Jaja, der spawnt immer wieder Augen, Alter. So viele spawnt der. Das ist richtig unfair. Ich komm zu dir, okay? Ich helf dir jetzt. Ich bin tot. Danke. Ich hab schon richtig auseinandergenommen, hast du gesehen? Kann keiner. Ey, haben wir das Ding geaktiviert? Was weiß ich. Oh nee, jetzt kommt wieder so ein Teleporter, Alter. Teleportet er sich? Da hinten ist Waffen-Typ! Oh, Junge, nice. Kann ich mir Waffen-Upgrade holen? Oh, Junge, das wär geil. Tot. Ist da will gar nicht. Ist da will gar nicht? Ist da will gar nicht? Ja, du musst da auch nicht mitten in den... Sagen, mitten in! Mitten bei den Stehen bleiben mitten drin. Die hauen dich. Oh. Ja, ich bin mit meinen Stehen bleiben. Oh. 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 Oh, Alter. Oh. Ich glaube, ich bin bisschen langsam geschaltet. 10er-Kombo. Respekt, Tanner. 14. Willst du dich jetzt tollen? Oh mein Gott, ich bin der dimmste Mensch aller Zeiten. Schon wieder? Ja. Knete, 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 ich mag... Boah, ich weiß... Schöne Bock, Junge, ich töte dich jetzt. So, zack, Junge. Zack. Mach ich so zack, zack. Zack in die Backpack. Yeah. Oh, Junge, wir brauchen mal ein paar Schlüssel, Alter. Ich bin tot. Ich bin jetzt ein bisschen schlecht, aber nur ein bisschen. Hör mal aufs Geld anzusammeln, man darf mal nicht. Oh, oh. Ja, 5-11. Das ist immer gut. Oh, ne, jetzt muss ich hier durch. Das gefällt mir gar nicht. Guck mal. Was denn? Mal gucken. Geht grad schlecht. Oh nein. Die bösen Teleporter Typen sind da. Alter, hör auf. Sorry. Tod. Erstmal verteilen, oder? So. Drück die Knöpp hier. Tick, 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 Tick. Tick, 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 Tick. Oh. Irgendwo bin ich hier gespawnt. Hör Kai, wie bist du da hingekommen, du Mongo-Kinn? Cheater! Ah ne, doch nicht. Ich hab jetzt meine dritte Attacke. Gut, dass du mir sagst, ne? Ja, Mann, Holy Storm. Sword Arc. Boah, Junge, ich muss Geld kriegen hier. Ich komm jetzt aber nicht mehr hier weg, das ist ein bisschen doof. Um zu sterben, komm, ich bin nicht mehr da weg. Ja, Mann, ich hab jetzt Holy Storm. Was ist deine dritte Attacke? Das hier. Ja, seh ich jetzt schlecht. Was macht das denn? Sterben. Ja, wo bist du? Wo bist du? Ja, okay, da. Junge, kannst du mal antworten? Ja, weitergegangen. Also oben links. Ja, ich geh nicht dahinten. Ja, musst du auch nicht, ich schaff das. Geh du mal unten links oder so, oder mach du dahinten weiter, ist mir egal. Oh, ne, jetzt fängt das schon wieder an, oder was? Ich mach mal einen Holy Storm. Tschüss. Mit Holy Storm kann ich aufräumen. Das ist so Aufräumer. Holy Storm, hast du das auch, oder was, du Mwongo? Ja. Ja. Ich schwöre, das heißt auch Holy Storm. Aber das ist was anderes, oder? Ja, das heißt nicht Holy Storm. Ja. Eine Passage, das beinemobild. Ist immer voll geil, ich liebe das. Wenn die einfach nicht sagen, wo. Ich glaub, da hat er schon einmal einfach schon 30 Passages oder so verloren. Oder nicht gefunden. Junge, hier sind so viele Bronzetüren. Ich hab aber gar keinen einzigen Bronzeschlüssel. Wo bist du jetzt schon wieder hingegangen? Hey, du warst noch gerade mal bei mir. Wo bist du? Ja, Bronzeschlüssel. Bist du wieder links oben? Hallo? Ähm, nein. Wo bist du denn? Weiß ich nicht genau. Oh, Junge. Links oben, ja, links oben bin ich. Also links in der Mitte, jetzt nicht unbedingt links oben. Hier ist gerade nämlich, naja. Ganz viele Sachen sind hier. Junge mal, der Holy Storm, der kostet so viel Mana. Ich sollte aufpassen. Oh nein, da ist wieder ein Boss, Alter. Ja, geil. Yo. Oh, geil, wir sind Schneckentempo unterwegs. Ich hab immer gar keinen Plan, wo du bist. Ich seh dich gar nicht. Wo bist du? Oben links. Wie ich das hatte? Was denn? Du warst immer weg. Da vorne warst du doch. Ist da nirgendwo ein Checkpoint? Keine Ahnung. Kann ich irgendwie nicht glauben. Oh, Junge. Ja. Zweite Mal ist gestorben. Dann richtig viele, pass auf. Auch richtig starke. Was, wenn jemand Holy Storm hat? Ja, hab ich ja auch. Ich sterbe. Ja, geil. Nirgendwo ein Checkpoint. Das macht voll Spaß. Das macht voll Spaß, wenn man so übertrieben schnell ist. Ich flitz einfach am Geim vorbei. Ich flitz einfach am Geim vorbei. Das ist ein Baster, ey. Hallo, Junge, ich sterbe einfach instant. Ich auch, gerade. Ich bin da so reingegangen, mit besten Attacken, die ich habe. Ich bin da so reingegangen, mit besten Attacken, die ich habe. Versuch einfach, all deinen Männer da auf sie zu verschwenden. Ich mach Holy Storm. Der kostet mich so viel Mana, ey. Geil, ne? Oder? Gib zu, das ist geil. Ich hab nichts gesehen, harte Kost. Wie? Guck. Das ist nicht von dir, das, oder? Doch. Geil, oder? Das ist nice, ja. Sieben Sekunden lang. Aber das kostet, glaube ich, 200 Mana oder so. So viel habe ich manchmal insgesamt. Hey, Movi, wie kommen wir denn hier irgendwo hin? Wo bist du jetzt schon wieder hingegangen, Alter? Ja, hier links, Junge. Hier ist doch weiter. Hier habe ich auch den Boss her, du Mongo. Die Dünnung geht einfach weg. Die Mini-Mail ist auch viel zu klein, das ist total behindert. Mhm. Man kann fast nur so weit gucken, wie man auch hier... Wie man auch hier... Wie man auch spucken kann. Ja, ja. Ich finde, man sollte auch mit der Maus irgendwie gucken können, so. Ausbauen können. Und auch so, dass man sich so ein bisschen bewegen kann, so. Mhm. Das hole ich mir. Wo mir nix sparen. Haben wir... Ja, wir haben einen Ding ins Schlüssel. Machen wir das auf. Oh, Alter. Danke, Tanner. Bist du doof? Du standst doch selber. Der, komm auf. Du gehst zu den Pfeilen, ne? Tja, du hast mich dahin geschossen. Das kann sein. Und das ist mir auch egal. Ja, der rushed da einfach mal durch. Ich hätte nur... Ich glaube, schon drei Gegner haben bis jetzt getötet, hier in dieser Etage. Ich glaube, schon mehr. Erstmal den Typen hier töten, Alter. Der nervt so. Der Holy Storm geht ab. Ja. Oh, ne. Ist ja wieder so ein Wizard, Alter. Ne, noch einer, Alter. Junge. Was ist denn die Mongo-Kinder? Oh, ne. Siehst du wieder aus wie ein Holy Storm? Ah, da oben ist dieses eine. Das... Wo man die vier Dinger aktivieren muss. Wo man die einfach durchreicht, weil man so ein geiler Attacker ist. Machst du das? Ja. Hast du gesehen, ne? Einfach gestorben. Achso, du bist gestorben. Mach du das einfach alleine, okay? Ne, ich bin grad... Ich geh grad hier hinten lang ein bisschen Geld sammeln. Ja. Checkpoint. Du bist auch am Checkpoint vorweilgelaufen, Omongo. Willst gern mal wissen, wo der ist. Ja, da heißt ja, da war ich zuerst, ne? Ja, oder? Warst du noch nie, ne? Noch nie. Da war ich noch gar nicht, Omongo. Ne, da warst du noch nie in deinem Leben. Da ganz längst oder noch nicht. Hm, hm. Junge, ich hab doch das Passage gerechnet, du Omongo. Ja, 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 ja. Haben gestorben. Ah, hallo, keinem. Ach, so ist noch gar nicht da. Chill down, du brauchst mal Hilfe. Ich merk das schon. Ich brauch's totdamage, mein Freund. Hier längst geht's doch weiter. Oh, du können wir hier nicht weiter. Da, du stirbst. War knapp. Wow, Walter. Ist ja gemeingefährlich hier. Ich weiß, was die machen sollen. Yo. Was machst du denn da? Hey, heilen. Ja, heil dich nochmal. Ich krieg auch Leben.